Du bist auf der Suche nach einem günstigen, aber sehr funktionsstarken Saug- und Wischroboter? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Heute möchten wir uns nämlich einmal die drei besten Saugroboter mit Wischfunktion für unter 200 Euro anschauen. Wir werden dir das beste Modell von Xiaomi, Laresa und Honetcher vorstellen, die aktuell den Markt in der günstigen Preisklasse dominieren. Bleib unbedingt bis zum Schluss des Videos dran, um alle Modelle bis ins Detail kennenzulernen. Vor allem der dritte Saugroboter, den wir dir vorstellen wollen, der hat es wirklich in sich. Bevor es jetzt richtig losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In der Videobeschreibung haben wir dir alle hier vorgestellten Saugroboter-Modelle, auch mit dem tagesaktuellen Preis und der Möglichkeit, ihn direkt dort zu bestellen. Verlinkt also Schauder für alles Weitere unbedingt mal vorbei. Jetzt aber viel Spaß mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Saugroboter mit Wischfunktion von Xiaomi. Es handelt sich um den Xiaomi S12, einen herausragenden Saugroboter mit 4000 Pascal Saugkraft, LIDAR-Navigation und eingebauter Hinderniserkennung. Dank der Sensoren und LIDAR-Navigation kann sich das Modell ohne Probleme in der Wohnung orientieren, sogar ganze Karten von verschiedenen Räumen und dem gesamten Wohnraum erstellen und sogar Hindernisse in Echtzeit erkennen und umfahren. Trotz des relativ kompakten Designs und des günstigen Preises hat er einen großen 3200 mAh Akku verbaut, welcher Laufzeiten bis zu 130 Minuten garantiert. Ist dieser Akku wieder leer, fährt das Modell zur Ladestation zurück, lässt sich aufladen und ist dann in kürzester Zeit für den nächsten Einsatz bereit. Welche Routen das Modell langfährt und zu welchen Zeiten, sowie mit welcher Saugstufenleistung, das lässt sich alles individuell über die App einstellen. Man kann das Modell aber auch im Automatikmodus von selbst fahren lassen, womit es die immer optimale Route und Reinigungszeit ermittelt. Auch lässt sich das Modell per Fernbedienung manuell steuern und Xiaomi gibt regelmäßig neue Updates mit vielen weiteren Funktionen für den S12 über die App heraus, sodass man hier immer auf dem neuesten Stand ist. Mit 169 Euro handelt es sich hier tatsächlich auch um den günstigsten Saugroboter in diesem Vergleich. Aufgrund der starken 4000 Pascal Saugkraft der integrierten Wischfunktion, guten Akkulaufzeit und einfachen Navigation und Bedienung, handelt es sich trotzdem um einen der absoluten Bestseller auf dem Markt. So wird ja zum Beispiel auf Amazon allein über 500 Mal bestellt und wenn auch du dich jetzt noch genauer zum S12 informieren oder diesen Saugroboter mit Wischfunktion vielleicht auch direkt bestellen willst, schau unbedingt mal über den ersten Link in der Beschreibung vorbei. Und bleib auf jeden Fall auch noch dran, denn zwei weitere starke und günstige Saugroboter mit Wischfunktionen möchten wir dir ja noch vorstellen. Ein ebenfalls sehr, sehr beliebtes Modell ist der Laresa Saugroboter. Um genauer zu sein, der Laresa Mars 01. Das Modell kommt sogar mit 5000 Pascal Saugleistung und einer Akkulaufzeit von bis zu 180 Minuten. Neben der starken Saugfunktion und Akkulaufzeit kann er auch durch eine integrierte Wischfunktion überzeugen, wodurch Saugen und Wischen in einem Durchgang möglich wird. Die Reinigungsergebnisse beim Laresa Mars 01 können sich wirklich sehen lassen, wie viele, viele Kundenstimmen und Testmagazine bestätigen können. Vor allem überzeugt dieses Modell, wie gesagt, durch das starke Preis-Leistungs-Verhältnis, allen voran auch durch die starken Kapazitäten. Neben der hohen Akkulaufzeit kann er auch noch durch eine 250ml Staubox sowie einen ebenso großen 250ml Wassertank überzeugen. So kann das Modell viele Reinigungszyklen autark absolvieren, ohne dass man selbst einschreiten muss, auch wenn hier keine Reinigungs- und Wartungsstation im Lieferumfang dabei ist. Der Mars 01 kann also über sehr lange Distanzen autark laufen und dabei entweder nur saugen, nur wischen oder saugen und wischen in einem Durchgang. Er orientiert sich sehr smart im Raum und kann die immer effizientesten Routen durch die 360-Grad-Präzisionsradarlaser und die verbaute künstliche Intelligenz aussuchen. Des Weiteren kann er auch die gesamte Wohnung kartieren und automatisch die besten Reinigungszeiten und Pläne vorkonfigurieren. Man kann das Modell aber auch selbst über die App oder auch wahlweise mit der eigenen Stimme, also über Amazon Alexa oder den Google Sprachassistenten steuern. Hier kann man dem Modell Echtzeitbefehle geben, die Reinigungszeiten überwachen und auch selber vorplanen, sowie No-Go-Zonen in den Wohnungen einstellen und einfach alles Wichtige im Blick haben. Kein Wunder, dass der Mars 01 so beliebt bei den Kunden ist. Allein im letzten Monat wurde er 1000 Mal auf Amazon bestellt und im Durchschnitt mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Normalerweise kostet der Mars 01 über 250 Euro, ist aber aktuell um 30% reduziert und gerade für 179 erhältlich. Wenn das Angebot noch steht, dann kannst du jetzt gerne über den zweiten Link in der Videobeschreibung zuschlagen. Oder bleib noch dran, um als drittes und letztes den absoluten Bestseller kennenzulernen. Und dies ist der Honeger G20. Er kommt auf dem Papier zwar mit nur 4500 Pascal Saugkraft, ist aber einer der vermutlich effizientesten Reinigungsroboter auf dem Markt. Das Modell, welches noch deutlich unter 200 Euro kostet, kommt mit der Saugfunktion und auch der Wischtechnologie in einem. Auch er kann also sowohl saugen als auch wischen und im Kombimodus beides gleichzeitig absolvieren. Herausragend an diesem Modell ist die spezielle Größe. Durch die große Abmessung des G20 kann er mehr Staub auf einmal aufnehmen als andere Modelle und ist mit 7,6 cm Höhe dabei immer noch besonders flach, womit er auch unter Sofas, Betten und Kommoden herunterfahren kann und auch an Stellen herankommt, wo höhere Roboter keine Chance mehr haben. Herausragend am Modell sind auch die 180 Minuten Akkulaufzeit sowie der herausragende 450 Milliliter Staubtank. Auch ein 250 Milliliter Wassertank ist dabei und damit hat das Modell die insgesamt besten Werte im Vergleich, was natürlich auch möglich ist, weil er wie gesagt eine extra Breite besitzt. Durch diese extra Breite kann er natürlich auch im Endeffekt mehr Schmutz auf einmal aufnehmen und obwohl die Saugleistung auf dem Papier nicht die beste ist, kann der G20 dann vor allem hier auf lange Distanzen überzeugen, da er einfach viel, viel schneller fertig ist als kleinere Saugroboter. Natürlich kommt er auch mit einer recht smarten Navigation, wodurch er sich super im Raum zurechtfindet, hat eine integrierte Alexa- und App-Steuerung und kann sogar mit der mitgelieferten Fernbedienung manuell gesteuert werden. Hat man also mal sein Smartphone nicht zur Hand oder den Honitscher nicht mit der Sprachsteuerung verbunden, dann kann hier auch die Fernbedienung helfen. Ebenfalls ein einzigartiger Wert in diesem Vergleich. Der Honitscher G20 Pro ist ein leistungsstarker Saugroboter mit Wischfunktion für unter 200 Euro, welcher ideal für auch Haustierbesitzer und Haushalte mit vielen Teppichen geeignet ist. Er hat in sämtlichen Testberichten eine herausragende Figur gemacht und überzeugt vor allem durch sein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kein Wunder, dass dieses Modell auch unser absoluter Bestseller ist, also das Modell, welches wir am meisten insgesamt hier empfehlen konnten und der auch auf Amazon seit Monaten die Bestseller-Rankings dominiert. Er wurde von den Kunden im Durchschnitt mit 4,6 von 5 Sternen bewertet, bei über 4.000 abgegebenen Stimmen und 1.000 monatlichen Bestellungen. Über den dritten Link in der Videobeschreibung kannst auch du dich jetzt noch genauer zum Honitscher-Modell informieren und diesen beliebten Bestseller bei Interesse dort auch direkt bestellen.